Wir fahren mal schön gemütlich mit dem Tuk-Tuk jetzt zum goldenen Tempel hier, genau. Das wird richtig witzig jetzt. Instagram. You're gonna be famous. Was ich natürlich noch nicht gelernt habe, ist, wie man richtig verhandelt, wenn man mit einem Tuk-Tuk-Fahrer fährt. Das heißt, ich sage immer schon, den Preis, den ich bezahlen will, so funktioniert das nicht, wie ich erfahren habe. Also beim nächsten Mal immer dran denken oder an mich selber, immer erst niedriger ansetzen, was man dann tatsächlich bezahlt. Aber das ist für mich auch ein Lernprozess. Wow. Wir haben dasena Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gleich geht's zum Flughafen und dann ab nach Kosamoy.